Hi, mein Name ist Simone Zeringer. Eine wohltuende Gemeinsamkeit, ein glückliches Leben und in jedem Moment zu erkennen, dass ich es bin, die dieses wunderbare Leben in ihrem Leben hält. Alex Grey, weil Alex Grey bringt das zum Ausdruck, was hinter unserem physischen Sehen liegt, nämlich die Wahrnehmung, das, was er wahrnimmt. Und das ist so einzigartig, wunderschön, als Schöpferkraft sozusagen dargestellt. Das ist einfach total wow. Ja, all diejenigen, die ihr inneres Licht entdeckt haben und das potenzieren, die Elementarwesen, die Naturgeister, die Engelwesen, Herzengelwesen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit der grenzenlosen Vernetzung und wenn man eben sein inneres Licht, das mit einer inneren Führung tut, dann kann das ein Segen sein für alle Beteiligten, wie auch für Einzelnen. Jön. Jön. Untertitelung des ZDF, 2020